Wenn ihr selber Fortnite spielt und mich unterstützen wollt, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr in Fortnite im Item Shop den Creator Code Sellywill3108 eingeben würdet. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und nun wünsche ich euch viel Spaß beim nachfolgenden Video. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und nun leuchten auch 4 Rohre am Loot Lake. Kann man das so nennen, Rohre oder Portale oder Öffnungen. Ja, die leuchten jetzt und zwar nachdem die orange Rune einfach so verschwunden ist am Loot Lake, habe ich mich dann auf die Suche begeben und bin auch relativ schnell fündig geworden. Habe die Rune dann gefunden in der Nähe des Loot Lakes und diese dann auch so eine Art Tanzfläche mitgebracht, was aber keine Tanzfläche ist, was ich schnell rausfinden konnte, denn die Farben der einzelnen Vierecke haben sich geändert und da war mir sofort klar, es muss alles die gleiche Farbe haben, damit die Rune wieder zurück an den Loot Lake geht und sich dann aktiviert. Auch dort habe ich so lange gewartet, bis dies dann der Fall war und dann habe ich mit dem Wiederholungs-Editor von Fortnite das Ganze dann aufgenommen. Ich werde es euch gleich abspielen lassen. Vorher möchte ich aber noch schnell sagen, dass ich das Leak-Video immer noch habe, von dem Event, was stattfindet, wenn alle 5 Rune aktiviert sind. Wer dieses Video haben möchte, soll mich doch bitte auf Facebook oder auf Insta anschreiben. Ihr findet alles in der Videobeschreibung, denn ich habe einige Nachrichten und auch Kommentare bekommen, dass diese Leute nicht gespoilert werden wollen. Deswegen, wer das Video sehen möchte, soll mich doch bitte einfach nur auf Facebook oder Insta anschreiben. Jetzt werde ich euch das Gameplay abspielen lassen. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn ja, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr neu hier seid und euch gefällt es, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Gameplay. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao. nữa. Joo, naa,ja? Ja,ja? Ja,ja? Karau- Untertitelung des ZDF, 2020